So Leute, bevor das Video losgeht, ganz kurze Info für euch, was in diesem Video so abgeht. Ihr wisst ja, die Autochess Mobile Version ist ja jetzt schon ein klein bisschen im Umlauf. Man kann sich die Android-APK von der offiziellen Seite laden. Das Ganze ist noch so ein bisschen wischi-waschi, beziehungsweise so ein bisschen fimmlig. Und ich habe das jetzt einfach mal gemacht und wir schauen uns die Mobile Version zusammen an. Lautstärke-Einstellungen ist noch ein klein bisschen ein Problem mit dem Abmischen. Es ist alles in Ordnung, es ist nur ziemlich laut und ich wollte jetzt nicht das Video leiser machen, weil ihr zu Hause einfacher ein Video leiser machen könnt als lauter, als 100%. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen laut ist, stellt es leiser. Beim nächsten Mal wird es ein klein bisschen besser. Trotzdem wollte ich meine erste Autochess Mobile Runde zeigen, vor allem weil ich da noch ein bisschen über alles drumherum quatsche und wir uns das Ganze mal anschauen. Und ja, der Lord of Awareness ist nicht der Night in Blackest Armor. Die Charakter sehen natürlich ein klein bisschen ass aus, so wisst ihr schon vorher Bescheid und müsst ihr es nicht hundertmal in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Mobile Version. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mich sehr über den Support freuen. Und selbst wenn ihr die normale Dota Autochess Version auf meinem Channel sehen wollt, lasst gerne für dieses Video ein Like da, aber schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir gerne, hey, beides im Wechsel, immer mal wieder, die Mobile Version ist schon cool, die wird ja auch weiter verbessert und bearbeitet. Oder hey, nee, lieber doch Dota. Ich würde mich einfach für den Autochess Support von euch freuen. Also wenn ihr dieses Genre an sich mögt, gerne ein Like für das Video da lassen, aber gerne einen Kommentar, denn das werde ich lesen. Da werden wir drauf antworten und vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt aber viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen, Leute, zu einer Runde Mobile Auto Chess. Wir spielen hier unser erstes kleines Ründchen und ich zeige euch mal, wie das Ganze so abläuft. Schnell noch, das ist mir jetzt aufs Feld gemacht. So, jetzt bin ich auch ready, ja. Mobile Auto Chess, jetzt verfügbar, Ladezeiten und alles drumherum ist einfach viel kürzer, es geht einfach instant los. Deswegen entschuldige ich bitte, wenn ich gerade ein bisschen zu langsam war. Ähm, so, ein bisschen lauter gemacht für euch. Das werde ich noch ein, zwei Mal wahrscheinlich einstellen müssen. Ich gehe davon aus, wir machen es noch einmal ein bisschen lauter. So, und haben jetzt erstmal was. Also, Mobile Auto Chess, ja, ist jetzt da und wir haben die Möglichkeit, uns das Ganze halt schon mal anzuschauen. Die Android-APK ist live. Ähm, deswegen überlege ich auch gerade, was wir machen. Ich log das mal. Oh, hab die noch aufs Feld. Du hast wirklich weniger Zeit als sonst, ja. Und, äh, ja, wir schauen einfach mal rein. Viele, ähm, der Champions sind visuell bekannt. Es ist alles sehr viel aufgeräumter, ein bisschen cleaner. Und, äh, das ist eigentlich ganz nice. Also, es ist meiner Meinung nach schön anzusehen. So, wir hatten den gelockt. Es ist auch automatisch danach entlockt. Dann kann ich den aber trotzdem noch mitnehmen. Äh, nochmal nachgucken. Ja, es ist nicht mehr gelockt. Dann packe ich den auch noch mit drauf. Und, äh, ja, wir haben halt hier Units, die uns bekannt vorkommen. Deswegen hier auch viele Kollegen, die wir kennen. Und, als Item haben wir Shield bekommen. Mittlerweile auch schon halt auf Englisch verfügbar. Damit auch interessanter für mich. Und gegebenenfalls auch für euch zum Zuschauen. Deswegen, glaube ich, war das hier ganz gut. Und, ja, wir haben jetzt schon unsere drei Minions auf dem Feld. Da ist der gute Tiny gewesen. Wir kriegen ein neues Item. Und zwar Regen. Ja. Und wir kriegen ein drittes Item. Und das ist Crystal of Devil Blood. Da brauche ich denn zwei Hämmer für. Jetzt einmal kurz checken, was wir haben. Was wir haben. Wir haben den Eimer. Äh, 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 äh. Das ist der Hantel. Ne, da machen wir erstmal noch nichts. Wir haben jetzt von jedem... Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Sieht schon mal ganz ordentlich aus auf unserem Feld. Deswegen, das ist schon mal ganz okay. Ansonsten, auf der linken Seite seht ihr, dass wir gegen einige Chinesen spielen. Das Ganze ist aber Matchmaking-mäßig sehr gut gebalanced. Es spielen momentan so viele Leute, dass ihr wirklich immer ein passendes Matchup findet. Ja, und gegen Max werde ich im Early Game nicht gewinnen. Da, er hat auch alle drei... Ähm, da ist der Bonus halt einfach insane. So, aber versuchen wir mal dran zu bleiben. Äh, ähm, das ist schon mal gut. Und ihr seht hier, der hat schon einen Rang ab. Deswegen, da geht er auch hoch. Und wir haben drei von vier auf dem Feld. Können also den stellen. Und jetzt, das glaube ich, sehe ich gerade nicht. Doch, hier unten links. Gehen wir direkt Level 5. Ich packe gerade noch einmal kurz den drauf, bis wir... ...was anderes gerade am Start haben. Ne, lohnt sich in der Hinsicht nicht. Von denen brauche ich keinen. Ihr seht auf der linken Seite immer die Rasse. Auf der rechten Seite immer die Klasse. Und dann lohnt er natürlich den Namen. Ja, deswegen, wir haben jetzt drei Worries auf dem Feld. Ein Knight. Zweimal natürlich im Bad Rider. Aber ich denke, dadurch... Ja, wir haben hier wieder drei gegen drei. Und da kommen die Tinkers. Das sieht noch nicht so gut aus. Aber, gut, irgendwo muss man ja auch anfangen, ne? Boah, da kommen zumindest mal die Max rein. Packen wir mal an eurem Fall... ...lieber noch einen Tusk als einen Bad Rider. Krieger profitieren halt gerade einfach mehr in meinem Setup. Wir brauchen noch acht EP bis zum nächsten Level-Up. Ich spare einfach mal. Was machen denn die anderen? Man kann auch das Feld switchen. Hier sehe ich aber, glaube ich, den Progress der anderen nicht. Nur wie er sich platziert. Was er natürlich auf der Bank hat unten. Die Items könnte ich noch verteilen. Ja, das wäre ja vielleicht noch ein wichtiges Ding. Ich glaube, einem Tusk gleich ein paar Items zu geben, ist schon mal keine schlechte Idee. Wir haben eine Fandom Queen. Einen Frost Knight, den haben wir auch. So, da kommen wenigstens... ...allgemein ein schickes Ding. Jetzt kommst du wieder runter. Du kommst dafür mit drauf. Ich denke, so stehen wir schon mal ganz gut. Zwei von acht. Dann... Also, ja, das Feld öffnen. Und dann eigentlich... Ja, ihm geben. Kriegst du den noch? Ja, den hast du noch bekommen. Und eigentlich hätte ich dir auch noch gerne den Ring gegeben. Ja, es geht auch noch im Kampf. Perfekt. So, und das Match sieht doch schon mal ein bisschen besser für uns aus. Wir haben auch den Knight-Bonus. Bei 2, 4 und 6. Wen hätten wir denn da? Du bist... ...human. Human Knight. Warum fällt mir das gerade nicht ein, wer das ist? Undead Knight, das ist natürlich klar. Das ist ja... ...night in blackest armor. Elemental. Das ist ein... ...Troll. Human Knight. Ah, lol. Das ist hier. Ich weiß, wer das ist. Der Omni ist das. Und ein Tiny Reef die Leute hier durch die Gegend. Schön am Durchdrehen. Go, go. Wir warten. Sind die noch im Kampf? Ja, okay. Man sieht, wer im Kampf ist. Er alleine kämpft noch. Das ist das einzige Feld, was noch läuft. Wir können jetzt einmal XP hochkaufen in der nächsten Runde. Irgendwas kämpft er denn da, dass er immer noch drin ist? Gegen uns? Gegen uns? Oh, das ist aber schön, dass es so lange dauert. Er macht mich zwar fertig. Aber... ...schön, dass wir doch gerade so mithalten. Äh... Zack. 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 Damit gehst du nach oben. Wir ballen einmal rein. Wir packen den Human noch mit nach vorne. Äh... Du mal zur Seite. Du darüber. So sieht das doch ganz gut aus. Man kann auf der Bank sortieren, was ich ganz geil finde eigentlich. Und ja, unser Gold geht sich jetzt natürlich wieder zugrunde. Wir haben alles unterschiedliche Rassen gerade auf dem Feld. Da ist kein Bonus in Sicht. Knights profitieren von 4. Warrior profitieren von 6. Oder 3. So, als nächstes noch einen Knight drauf. Hätten wir hier noch. Dann haben wir wenigstens ein 3-4er Setup. Eines haben wir gerade nicht. Äh... Ja, klar. Noch ein Tusk auf der Bank. Äh... Äh... Das Soul Reaper. Äh... Wir können auch keinen davon aufs Feld stellen. Ne, das sollte erstmal so bleiben. Wir sammeln weiter unsere Tusks. Und äh... Ja, wir haben ein bisschen... Kleinen Bonus haben wir gerade schon. Jetzt kommt auch wieder ein besseres Income rein. Und ich find's einfach sehr schön. Also es ist sehr schön. Solltet ihr Fragen haben, wie man sich einloggen kann oder so, wenn eure E-Mail oder sowas zu lang ist, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich denke, da kann man sich schon ein klein bisschen helfen. Wie gesagt, die Android-APK ist momentan verfügbar. Äh... Oh, einer hat Regen. Der soll da auch den dann kriegen. Und... Wann hatte ich noch keinen Zweigen? Noch gar keinen Tusk? Wir hatten gerade Regen. Du hast Regen. Dann bekommst du auch... Die Maske. Ja. Also, vielleicht. Gucken wir mal, wen wir zuerst auf T2 kriegen. Wir haben halt hier einen Jugger. Der würde halt mit dem hier profitieren. Und mein anderer Nile ist natürlich der Human. Ich könnte Tiny Old, Tiny ist T2. Die beiden Orks, die profitieren halt schon, ne? Der Cave-Clan. Und 200 HP mehr. Das sieht jetzt schon ein bisschen knapper aus. Ja. Sieht schlecht aus. Die Macs machen Probleme. Diese Bilder hier. Ähm... Ja. Ja. Einen kann ich auch noch kaufen. Wir können natürlich erst mal schauen. Der würde halt kombinieren... Kommen du mal runter. Wir haben nur einen Human gerade. Oder ich bringe halt beide Humans hier aufs Feld. Das wären die beiden. Oh, Moment. Das ist aber Knight. Das ist ja der Omni Knight. Die profitieren bald zwei und von vier. Deswegen ist das erst mal okay. Weil das wäre der dritte. Und naja, sowieso ganz okay, dass der da ist. Und der... Da kommt auch mit Kriegern um die Ecke. Das war richtig viel Damage für uns. Davon kriegen wir auch gerade nicht. Deswegen können wir mal schauen. Wir haben einen Tusk auf zwei. Den schiebe ich auch mal hier hin. Ich brauche auf jeden Fall den Kollegen noch. Wenn wir vier Knights hätten, wären das die vier. Dann kommst du auch noch dahin. Dann sind das meine Worries. Das ist das Zwischending, was zwischen Omni und Dingens hält. Also so. So. Ja. Ja. Mal schauen, wie lange wir noch überleben. Wir haben ja am Ende noch unsere Chance. Wir sind ja noch nicht mal Level 7. Wir werden jetzt einfach nur nicht noch mal so hart verlieren. Hier hinten müssten nur ein paar Hits verteilt werden. Perfekt. Dankeschön. Weil die kann man halt alle sweepen. Hier hätten wir den Kollegen. Ich denke, ich werde dich verkaufen. Und du kommst auf jeden Fall mit rein. Mal 25 Gold. Ein paar Upgrades wären geil. Da sehe ich schon wieder Max. Das ist wieder Massenschaden. Gegen die Max habe ich halt harte Probleme. Und 10 Damage ist auch teuer. Und wir kriegen wieder nichts. Viele Asse. Aber so geht unser Geld hoch. Vielleicht kämpfen wir halt auch einfach mal gegen einen weiter unten im Scoreboard. Das wäre ganz praktisch. 10 Sekunden haben wir hier noch. 10 Sekunden haben wir hier noch. Und der Jugger dreht sich halt dann perfekt zwischen dreien. Was kriegen wir denn? Nochmal das. Es darf ruhig noch was droppen. Ich brauche mal die Maske. Das ist jetzt hart. Das ist jetzt richtig hart. Für dich soll der Dragon Knight rein. Da sehe ich dich. Der Tusk ist da da und O gerade. Wenn ich einen Krieger austauschen würde, wärst du. Gucken wir mal. Ganz, ganz kurz sehen wir uns da. Die Runde könnten wir hochkaufen theoretisch. Du kommst da mit einen Fall mit dazu. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2 gerade. Irgendwann. Ja, da müssten eigentlich die Knights drauf. Mit 2 Knights auf dem Bonus. Das ist halt einfach nicht wert. Wer ist das denn? Doom. Klar. Boah, wieder nix. Ist halt hart. Ich stelle euch mal so hin. Obwohl, im Moment für einen Einzel. Shit, ich habe ihn nicht getroffen. Ich wollte den. Dich brauche ich nämlich auf dem Feld. So, der Kampf ging ziemlich schnell. Könnte er hier gewesen sein. Sehr wahrscheinlich. Er geht dadurch auch nicht höher. So, schauen wir jetzt nochmal hier rein. Du bist T2, du bist T1. Mal gucken. Ah, schon wieder gegen den. Er kommt halt nicht in Fahrt. Obwohl, sie halten ihn lange, sie halten ihn lange in der Back. Oh, da kommt Tuka. Ah, mit 4. Das ist, das ist hier. Lord of Avernus sehe ich gerade. Oh, hier ist auch nichts mehr drin. Dein, dein Leben haben wir noch. Oh, die beiden sind hart. Ja, schön erstmal einen weggeworfen. So fokussieren wir alle ein. Jetzt noch mit liken. Er sieht gut aus. Oh, wo bin ich denn? Ah, komm ich denn irgendein schneller dran? Du bist noch richtig. Und dann bei den beiden nicht. Wenn man das auch mal. Und bring jetzt den dritten, weil ich keinen anderen habe. Den dritten Knight. Ist dadurch auch ein Human. Der steht da neben Lichen jetzt ganz praktisch. Das hätte ich bestimmt auch schon vorher machen können. Ich baller weiter auf dich. Jetzt kann ich theoretisch noch einkaufen, falls irgendwas passiert. Komm schon. Oh, die Raketen kommen jetzt alle. Und damit bleiben wir noch im Rennen. Da sehe ich uns gerade. Bleiben wir da stehen. Hier baut sich halt noch ein bisschen was auf. Die beiden sind natürlich jetzt auch eher noch. Da sind auch viele schwach dabei. Aber die Chance besteht. Wie sieht es denn auf den anderen Feldern aus? Wir haben einen ganz interessanten. Der Dragon Knight habe ich noch gar nicht gesehen. Der hat mittlerweile Assas. Okay. Was passiert da? Gegen wen kämpfen wir? Hier. Der hat zum Beispiel gar nix gemacht. Ja, wenn ich Raketen höre, ist schlecht. Wir halten uns. Wir halten uns. Und wir halten uns gut. Perfekt. Habe ich überhaupt einen vierten Knight? Ich kauf ihn erstmal, weil es eh egal ist. Eins, zwei, drei ist er erstmal. Wenn überhaupt. Also noch haben wir keinen vierten Knight. Also wir könnten maximal 6-4 spielen. Mehr ist eh nicht drin. Und momentan ist er dann ein Warrior. Und die beiden Knights. Also er ist eh super. Er kombiniert mit Liken. Das wäre jetzt ein richtig schweres Match. Ogemage Down. Das ist die Nummer 1, ne? Ja, Marcel ist unsere Nummer 1. Wir haben gerade gegen Platz 1 gewonnen. Und wir sind gerade letzter. Jetzt müssen wir nur dranbleiben. Und da kommt erstmal nichts. Ist aber nicht so schlimm. Wenn das passiert, dann bin ich immer gerne dabei. Jetzt muss ich einen sellen. Level 10 ist eh noch nicht greifbar. Aber erstmal den. Ist ganz cool vom Model her. Okay, jetzt wird gemirrert. Ähnliches Strat. Wenn einer von uns stirbt, kriegt der eine viele Minions. Das werde ich sein. Den Kunker habe ich gar nicht gedacht. Den Kunker habe ich gar nicht gedacht. Machen wir mal den. Wir hängen hier unten am seidenen Faden. Sind jetzt aber Level 9. Wir haben immer noch Potenzial hier unten mitzuarbeiten. Wir kriegen auch mal was. Der, der die andere Rüstung hat. Der, der die andere Rüstung hat. Das bist du, ne? So. Jetzt gibt es hier noch einen von zu kriegen. Jetzt machen wir erstmal wieder Gold. 20 Leben. Ich würde sagen, bis zu einer Niederlage spiele ich halt noch. Da kommt der Kunk. Aber Dark Josh mache ich. So. Ich hatte ein Disconnect, Leute. Ey, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wir sind noch im Rennen und zwar richtig gut. Wir haben auch seitdem alles gewonnen. Also es fehlt eine Runde. Zwei Runden oder so. Äh. Komm, der geht noch durch, oder? Nee, der geht nicht jetzt durch. Äh. Aber. Wir sind back. Wir hatten ein DC. Zwei Runden fehlen. Wir sind beide Male anscheinend nicht gehittet worden. Nein, das Schild. Two and one. Ja, wir sind back. Und wir upgraden jetzt erstmal unseren Kollegen hier unten. Und da sehe ich auch den. Dann brauche ich dich nicht mehr. Äh. Äh. Ja. 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 Ein Knight. Zwei. Drei. Sieben Nummer vier. Das heißt, wir haben gerade sechs Worries drauf. Die uns alle was bringen. Und die auch alle relativ gut sind. Und wenn wir jetzt Level 10 werden. Dann kommst du. Und dann ist er ja rucki zucki Ende. Wir räumen gerade auf. Der hier hat mir noch ziemlich viel Leben. Aber wir stehen. Oh yeah. Nein, Black Starmon. Nein, das ist nicht der. Nein, Black Starmon. Das ist. Lord of Awareness. 20 EP noch. Wir gehen auf 22 hoch. Dann können wir zweimal machen. Dann müssen wir noch. Ah. Wir warten immer noch. Es sind. Oh shit. Wir sind noch zu dritt. Wir sind nur noch zu dritt. Vielleicht ist warten nicht mehr. Oh. Das ist aber gut. Dann muss ich auch gar nicht mehr warten. Äh. Ja. So. Wir gucken mal ganz kurz hier. Beide Rüstungen. Beide Rüstungen braucht man. Aber brauchst du den Chor. Äh. Der hat jetzt schon relativ viel. Komm. Kriegst du die jetzt noch? So. Wenigstens verteilt. So. Wir brauchen noch einen Tusk zu drei. Wir sind Level 10. Jetzt kommt es aber an. Das ist er, ne? Ja, das ist er. Haben wir eine Chance? Was heißt hier eine Chance? Was heißt hier eine Chance? Wie ist hier eins? Nasıl? Nein. Das ist er. das wollen wir wollen damit steht der auch weiter mit liken aber jetzt ist ja eben nur dingens welt optimal so bin ich schon mal das wird knapp sieht nicht gut aus der sieht sehr schlecht aus hier ist er übrigens gib mir den tusk die muss man erst mal schnell erkennen sind halt ohne lege losgegangen jetzt kommt der ist das doofen boot zweiter wenn wir noch einen down machen dann würden wir es überleben so nicht wo ist er tusk gibt es doch nicht kein geld mehr so kriegt er das boot nicht ab da kommt ein neues boot so kriegt er das boot nicht ab weiße als ob da nicht ein tusk drin ist das war glaube ich dann haben wir uns wenigstens ein bisschen verteilt ich darf halt auch nicht gegen den verlieren der eine tusk jetzt haben wir alles gegeben ich habe ein bisschen umgestellt noch mal schade 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 wir steigen trotzdem auf ja immerhin 29 von 50 bin ich mit aufgestiegen vier candies nehmen wir mit leute das war eine runde die doda auto chess beziehungsweise auto chess in der mobile version ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich sehr beim support freuen wir sehen uns beim nächsten mal wieder machts gut bis dann und tschau das kommt nicht wie wie Untertitelung des ZDF, 2020